Herzlich willkommen zurück, liebe Freunde, zu einer neuen Folge. Wir spielen Resident Evil 4. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Ja, wir sind immer noch im Kapitel beendet, Bildschirm. Ähm, ja, wir machen weiter, direkt. So. Die letzte Folge war hart. Oh. So. Also, was Neues zum Bernstein? Nein, tut mir leid. Aber mein Helferlein stiftet ordentlich Unruhe. Alles wird laufen wie geplant. Solange du deinen Hund unter Kontrolle behältst. Der tut nichts. Glaub mir. Schön. Behalt ihn. Aber beschwere dich nicht bei mir, wenn er dich beißt. Leon, meinen Rat befolgt? Ada? Aber mit wem hat Ada geredet? Selbe. Der ganze Parfüm. Parfüm. So, wir werden ebenfalls den Weg gehen, den... Ich suche nach einer mutigen Seele, die dieses Monstrum von einem Ritter beseitigt. Aber sei gewarnt. Er ist viel stärker als die anderen, hat ein unserer besten Männer mit nur einem Hieb in zwei Hälften geteilt. Auftrag, die übermächtige Bedrohung beseitigen. Gebiet, Mausoleum. Belohnung Spinell mal 8. Fortschritt 0 von 1. Da ist er. Ungerlander Ritter. Na sicher, wenn wir da hingehen. Aber zuerst einmal möchten wir gucken, was hier so abgeht. Wo hier so schön Zigarren mit Zigarrenschneider läuft. Gut, dann gehen wir auch rein. Ja, mit Leon können wir kämpfen. Aber der Platz ist hier auch sehr, sehr klein. Hier hatten wir uns ja eine Hose geschissen. Da ist die Ratte. Wenn sie das ist, ne? Jawohl, das war sie. Sauber. Dann haben wir den Auftrag auch erfüllt. Okay, der Ritter steht hier auf jeden Fall nicht. Peseten. Ähm. Links geht es in die Bibliothek. Und da geht es runter zum Ritter. Gehen wir erst einmal in die Bibliothek. Und jetzt sind die Ritter hier wahrscheinlich auch unterwegs, ne? Okay, ich höre ihn, aber ich sehe ihn nicht. Und da ist er. Ich weiß nicht, ob ich ihn irgendwie erdolchen kann oder so. Da ist noch einer. Okay. Die haben uns nicht gesehen. Wenn ich nicht kämpfen muss, will ich nicht unbedingt kämpfen. Ich meine, ich fühle mich ein bisschen mutiger, weil Leon eine Waffe hat. Ich kann mich zur Not wehren. Aber ich muss nicht unbedingt. Hier hoch kommen die aber nicht, oder? So, hier nehmen wir wieder den Würfel. Äh. Der sagt auf jeden Fall. So. So, oder? Jawohl. Was ist denn das? CQBR Sturmgewehr. What? Oh, ne, Tau. Wie, war bitte? Den senden wir in die Aufbewahrung. Können wir den auch da hinsenden? Können wir auch erstmal in Aufbewahrung senden? Okay, aber ich will den mitnehmen. Ich will den mitnehmen. Ich weiß zwar noch nicht wie, aber ich will ihn mitnehmen. Doch, wir haben es schon gelöst, glaube ich. Nein! Fuck. Ähm. 14, 12, 4, 6, 18, 12. Okay, und wir können nichts mehr tragen. Unsere Kiste ist auch katastrophal sortiert. Da müssen wir dann auf jeden Fall nochmal gucken. Aber was ist das bitte für eine geile Wumme? Untersuchen. Angriffskraft mal 3 gegen Schwachpunkte. Hohe Durchschlagskraft. Verschiedene Zielfernrohre können montiert werden. Angriffskraft 2. Ein vollautomatisches Gewehr, bei dem dank optimaler Lauflänge das Verhältnis von Gewicht zur Leistungsstärke gut ausbalanciert ist, wodurch akkurates Schießen gewährleistet wird. Okay. Wir packen die mal schnell Zugriff hier unten hin, weil Gewehr. Wir haben 75 MP-Munition. Schießt der MP-Munition? Ne, der schießt eigene. Sechs. Weißt, welche schießt er? Ah, der schießt... Schießt der die Munition? Gewehr-Munition? Dann ist die scheiße. Dann will ich sie nicht. Auch wenn sie vermutlich gut ist, aber ich hab davon nicht so viele. Wir machen mal welche. Wir machen noch welche. So. 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 Aber wenn das so ein richtiges Gewehr ist, wird der glaube ich auch ordentlich was verballern, ne? Gut. Jetzt gehen wir mal hier raus und da hoch. Ich weiß nicht, ob da noch irgendwas war. Der hat uns nicht gesehen. Leon ist deutlich schneller, ne? Als, als, äh... Wie hieß die nochmal? Ashley? Schon vergessen. So. Der Würfel könnte so direkt schon passen. Noch ein Gewehr. Eine Katze. Ein Goldluchs. Den können wir befüllen. Äh, das ist der teuerste Edelstein, den wir haben, ne? Der kostet 9.000. Der nur 6. Okay, dann nehmen wir auch gleich den. Zack. Gibt's ein gelbes Auge. Und ein blaues Auge. Und haben auch 45.500 Wert. Hier ist auch 21.000. Hier ist 45.000. 10.000. Und so ein Spinell haben wir auch noch. Die Schlüssel können jetzt weg. Die brauchen wir nicht mehr. Die bringen auch Kohle. Vielleicht möchte ich sie aber als Andenken behalten. War hier vorhin schon so viel Blut auf dem Boden? Okay, scheinbar schon. Hier gab's ja auch nichts mehr. Selbst wenn, den Schlüssel hätten wir nicht. Den hat nämlich Baby Eagle. Eine Schreibmaschine ist schön. Dann können wir speichern. Da ist der Aufzug kaputt. So, wir speichern mal. Nur für den Fall der Fälle. So, hier liegt Genosse Schweißfuß. Auf dem Ding rum. Die Leiter holen wir runter. Ich weiß nicht, ob das unser Rückweg ist. Ich möchte eigentlich ungern wieder komplett durch die ganze Halle laufen. Aber muss ich ja eh, weil ich hier nicht durchkomme. Also müssen wir hier wieder zurück. Hier lang, hier lang, hier lang. Und dann da runter. Okay, mit Leon ist es deutlich einfacher. Aber ich weiß auch noch nicht genau, was uns hier unten erwarten wird. Egal. Wir haben gespeichert. Falls uns jetzt hier der Cop abgeschlagen wird, können wir direkt dort oben wieder starten. Unten gab es ja auch noch Vasen. Die geht nicht kaputt. Das sind aber, sieht aber nicht aus wie Attrappen. Aber Leon ist wahrscheinlich auch nicht stark genug, um so ein Ding zu tragen, ne? So, mal sehen, was uns erwartet. Achso, die Tür geht ja hier auf. Okay. Er steht genau in der Mitte. Okay. Ich gehe jetzt mal hier hin. Boah, ich habe voll Schiss, wie der da steht. Was machen wir hier jetzt wieder haufenweise Kohle? Wenn er alleine kämpft, packen wir das vielleicht. Okay, Zeit für ein Tritt in den Blech, Arsch, Jungs. Das hat denen nichts gemacht. Oh, ich dachte, der trifft mich. Oh, ich dachte, der trifft mich. Oh, wieso läuft denn der? Ist der doof? War so klar, ne? War so klar, ne? Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Ich glaub, er verhakt sich immer im Boden, ne? Oh! Oh, oh, oh! Oh, oh, oh! Junge, wie viel frisst er denn? Junge, wie viel frisst er? Junge, der hat ordentlich gefressen! Komm ich da auch durch? Jawoll, erstmal wieder Muni gefunden! Schön, Schießpulver auch dabei gewesen! Ne, ich darf hier nicht durch! Ich dachte, dass da auch noch vielleicht so Vasen gestanden haben, die ich zertrümmern konnte! Okay! Der war... Stellt euch vor, jeder Ritter wäre hier so gewesen! Dann hätten wir aber Probleme bekommen! Und ich frage mich, wie ist der da durchgekommen? Da! Wie? Es bleibt ein Geheimnis! So, wir haben den auf jeden Fall geholt! Tür geht da auf! Jetzt von hinten so Messer so... Also Schwert, ne? Und dann meine ich, haben wir hier auch alles! Wir können jetzt... Eigentlich... Auch den Weg nehmen, den wir gekommen sind! Das bleibt sicher Jacke wie Hose! So... Da geht's... Irgendwo hin... Hm... Ich weiß noch nicht genau wo... Von hier sind wir gekommen! Ich würd gern nochmal... Speichern gehen! Und die Aufträge abgeben natürlich! Fälzige Bücherwürmer! Ungerlander Ritter! Wir haben jetzt genau 30! Ein Einmalticket, das unabhängig von der Modifikationsstufe eine Waffe Zugang zu deren Spezialabgrade gewährt! Ich weiß noch nicht so recht... Ich weiß noch nicht so recht... Was wir damit machen sollen! So, wir können Tune! Wir verkaufen mal... Es macht keinen Unterschied! Aber wir... Ah... Dafür lass ich einiges springen! 128.000 haben wir jetzt! Äh... Die Angriffskraft verstellten kostet 40.000! 50.000! Und nochmal 40! Ähm... Wir könnten... Theoretisch gesehen... Hier auf Stufe 4 gehen! Hier auch auf Stufe 4! Okay, und dann können wir nicht mehr! Wir reparieren aber unsere Weste nochmal! Aber für diese Arbeit ist das eben Voraussetzung! Angriffskraft vom Messer können wir nochmal! Aber mit dem Messer kämpfen merke ich nicht so viel! Zumindest nicht direkt! Okay... Ich hab nur die feinste Waffe im Angebot, Fremder! Rohstoffe! Rezeptur schwere Granaten! Die Entscheidung sollte dir leicht fallen! Tune! Okay... Ich hab jetzt echt keine Ahnung... Ob wir... Was ist denn hier die Spezialdings? Sollen wir die... Das Gewehr auch mal einlagern? Ich meine wir... Wir finden jetzt nicht besonders viel... Äh... Besonders viel... Gewehrmunition! Deshalb... Ist es vielleicht ein bisschen sehr viel Verschwendung! So... Da ist unsere Munitionsecke! So sieht das doch schon wieder viel besser aus! Die MP würde ich aber gerne wieder mitnehmen! Aufbewahrung... MP... Hä? So... Die ist zwar nicht so stark... Aber... Wir haben Munition dafür! Und das ist wichtig! Gut... Wir speichern! Jetzt ist wieder die große Frage... Gehen wir erst einmal zurück... Und holen uns da hinten... Äh... Hier... Äh... Die beiden Sachen... Oder behalten wir unseren Schlüssel... Und holen uns dann hier... Hier müssen wir ja auch nochmal hin... Scheiße... Hätten wir das schon machen müssen? Ich weiß nicht wann wir Ashley wieder kriegen... Scheiße... Oh ich weiß nicht... Ich glaube ich fahre jetzt erst einmal zurück... Gucken wir gleich mal... Fahren wir mal... Mal sehen was passiert... Ich hab den Raum hier aber gar nicht gesehen... Jetzt von der anderen Seite oder? Hier ist nix... Ach... Konnte ich auch gar nicht... Ah... Ah... Und dann war das die Tür hier ne... Ich glaube ich höre was... Oh fuck... Oh fuck... Oh die sieht aber relativ normal aus... Ein bisschen blass aber ansonsten... Oh ich hab nichts um das herzustellen... Hey warum ist sie meine... Achso weil ich sie abgelegt hatte... oh oder was? Oh nein... Oder... Oh ja... Oh... Oh eineaa... Oh... 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 Oh bleib weg, bleib weg. Oh der duckt sich sogar weil der andere wirft. Komm mach die Schnauze auf. Oh man, ich wollte ausweichen. Habt ihr gesehen? Wie schön war die Zeit als noch Hühner angegriffen haben. Wo will der denn hin, da hinten? Super. Ob es das jetzt wert war, weiß ich nicht. Goldplättchen. Das weiß ich wirklich nicht, aber wir haben halt die Schätze. Benutzen. Traumhaft. Justitia-Statue. 12.000 und 10.000. Unterm Strich haben wir jetzt 22.000 bekommen. Und ja, ein bisschen was an Munition verknallt. Aber es hält sich noch im Rahmen. Speicher machen wir gleich, wenn wir wieder bei ihm da hinten sind. Toll, dass da so viele aber noch rumstehen, ne? Und diese Roten sind brandgefährlich. Wenn die da ihr komisches Dingsbums machen und alles im Kopf vibriert, dann verwandeln die sich alle. Hahahaha. Hahahaha. Warum tust du dir nicht was Gutes? So, schön. Okay, gut. Dann werden wir die Folge noch einmal beenden. Ähm. Ich bedanke mich fürs Zugucken. Ich hoffe, ihr seid morgen wieder mit dabei. Und ich hoffe, wir haben noch eine Chance, den Schatz hier hinten zu holen. Ich weiß nicht, wann Ashley wiederkommt. Es ist echt scheiße. Aber wie gesagt, ich hoffe, ihr seid dann wieder mit dabei. Lasst mir gerne was da. Passt auf euch auf, wenn ihr Bock habt. Sehen wir uns morgen 18 Uhr direkt wieder. Freunde. Ciao, ciao.